Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Auslosungsvideo von der Coppa Italia und ja, es geht jetzt um die heiße Wurst und zwar das 5. Schnalle. Leider läuft die Coppa Italia nicht so, da sind viele Vereine frei. Finde ich schade, weil auch eine Serie A hat coole Vereine und auch ist es eigentlich egal, weil 90er Modus sind halt eh alle gleich stark, aber was soll ich machen? So, jetzt schauen wir mal, ob hier überhaupt alle Vereine immer vergeben sind, das weiß ich natürlich gerade gar nicht, oder ob die Vereine die raus sind, ja dann halt nicht mehr dabei sind. Also, der erste Vereine ist Inter Mailand, der muss gegen Fcc Genoa, dann Sassoulu, muss gegen Sampdoria Genoa, dann der A ist Rom, muss gegen, Lazio Rom. Schönes Derby. Und das letzte Duell. Oh, ich glaube, das wird auch nochmal ein Derby. FC Turin gegen... Ja, das nächste Derby Juventus Turin. Ja, das waren die Viertelfinalspiele. Äh, ja, Viertelfinalspiele. Inter Mailand gegen Fcc Genoa, Sassoulu gegen Sampdoria Genoa, A ist Rom gegen Lazio Rom und FC Turin gegen Juventus Turin. Bayern unentschieden, bittende Neueinladen und das erste Tor entscheidet. Ab diesem Sonntag spielbar, das Viertelfinale bis nächste Woche Samstag. Das war's dann auch schon wieder von der Auslösung von Coppa Italia. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann. Euer Steffo. Ciao, ciao. Ciao.